Oh, konntest du nicht die Nachbarn stoppen? Oh, toll, lecker, oh, lecker. Die waren für mich gerade eben. Ich habe vier Stück gemacht, sodass wir sie uns zeigen können. Oh, wirklich? Ich nehme 4 und 0, okay, ist gut. Ist das bequem, die Couch ist total durchgesessen. Ja, von wem denn wohl? Von meiner Oma, natürlich, ja. Was? Ich dachte schon, du meinst mich, egal. Ich darf mich gar nicht angesprochen fühlen. Ja, ich tue immer so mit Gesten so ganz gerne rum. Weißt du was, ich räume jetzt auf. Nee, egal, ich tue einfach nur irgendwo Sachen hin. Ja, das schaut doch so aus, wirklich, echt. Naja, okay, egal, ich schaue jetzt einen ganz megatollen Film an. Oh, ja, das ist total super mega. Naja, oh, ja, mir geht's gut, danke. Hä? Was? Nein, du dachtest, ich würde dich meinen. Ich rede gerade beim Fernsehen. Ich tue einfach mal so. Ja? Wie tust du denn die ganze Zeit so, wie du jetzt tust? Naja, du tust ja gerade gar nichts, außer neben mir sitzen und so. Äh, ja, ganz genau. Und, weißt du was, ich gucke den Film jetzt alleine. Oh! Das war doch nur ein Scherz, oder? Ach, ich glaube, eigentlich geht's. Ja. Äh. Ist die weg? Oh Gott, verdankt. Oh Gott, ich hatte ja ein Handy in meiner Tasche, in meiner Hosentasche. Also, herzlich willkommen. Ich nehme jetzt gerade auf Aufnahme. Und dann, hä? Was? A new area? Hä? Was? Ich habe das gar nicht geschrieben, mir egal. Also, ich nehme jetzt nochmal eine Aufnahme auf. Und, äh, äh, na, jetzt nimmt doch schon wieder mich auf. Was ist das denn? Oh, wer, wer blockiert mich denn da schon wieder? So ein Stalker. Scheiße! Das ist Oma. Oh, Oma stalkt mich. Oh, nee, es war meine Mutter. Meine Mutter. Oh Gott. Nee, es ist gar nicht mein Handy. Oh! Äh. Aber warum habe ich das? Oh, das wäre, ich wollte, das wäre ein gutes Selfie gewesen. Ha. Ja, Designer-Geste. Oh, das kann ich mir nochmal aufmalen. So auf dem Papier und den dann irgendwo hinkleben. Und, äh, 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 äh.